servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal die world of warcraft 20th anniversary war within collectors edition wurde jetzt verschickt und die ersten spieler haben eine bekommen ich habe mir das ganze nicht bestellt bin ich ehrlich das war mir dann doch ein bisschen too much aber es gibt jetzt die ersten reviews und bildereindrücke zu der ganzen geschichte und das wollen wir uns zumindest mal in diesem video anschauen ich möchte damit nicht wirklich über die collection urteilen weil dafür habe ich sie nicht in die hand oder in der hand und kann nichts über qualität und so weiter sagen aber zumindest mal angucken ist das ding seine 200 latten wert die das kostet oder eher nicht und da seid auch ihr gefragt schreibt das gerne mal in die kommentare tatsächlich und das finde ich sehr interessant scheint das teil nicht so gut weg zu gehen ich erinnere mich noch vor fünf jahren gab es eine 15 50 anniversary collection 15 anniversary collection so rum wo es eine statue von ragnaros mit drin gab und das ding war super schnell vergriffen also da kann ich mich noch dran erinnern sogar so weit dass ich sie mir vorbestellt hatte und teilweise die versandhändler nachträglich stornieren mussten weil sie nicht so viele davon zur verfügung hatten also das ging weg wie warme semmeln das teil sieht naja scheint noch vorhanden zu sein wo ich aber auch sagen muss was mich daran stört ich hätte es cooler gefunden hätten sie das nicht auf the war was in bezogen klar es bietet sich jetzt an weil das addon gerade rausgekommen ist aber 20 jähriges ist ja eigentlich eher im winter dann november und ich hätte es cooler gefunden hätten sie da eine eigene collection gebracht ohne das spiel selber sondern mit anderen goodies aus irgendwie 20 jahren wo w und das dann verpackt für ein hunni oder so da wäre ich schon eher daran interessiert gewesen da jetzt weiß ich das hat für mich nicht mit 20 jähriges jubiläum zu tun das ist halt die war within collectors edition mehr oder weniger nun ja der das teil kostet 20 latten was man dabei auch nicht vergessen darf ist meines wissens nach der versand der da noch mit zukommt wo wir dann glaube ich auch noch mal weil das auch nicht in deutschland versendet wird auf 20 30 euro versand kommen also zahlt man von dem was von euch gelesen habe ich glaube über 220 euro für das teil das ist schon relativ teuer davon kann man abziehen alle inhalte die die epic edition mit sich bringt für 90 euro die sind so oder so mit drin also die sachen hat man also heißt wenn wir jetzt mal den versand abziehen müssten einem noch inhalte für 90 euro geboten werden und da können wir jetzt mal schauen was denn da so drin ist in dem fall hat wow hat dazu ein kleines review gemacht haben beziehungsweise die haben sogar von blizzard geschenkt bekommen also haben sie es gar nicht selber gekauft schreiben hat viele erinnerungen an 20 jahre wo w das sehe ich ein bisschen anders es ist für mich eine the war was in collectors edition mit drin ist die schöne box die wir sehen deluxe boxen art book ein pin die belohnung der epic edition und eine greifenreiter statue passend zu dem war was in das finde ich schon ziemlich ziemlich cool und hier seht ihr jetzt alle goodies die hier mit drin sind also das ist dann erstes mal die box da muss ich sagen gibt es für mich auch nicht viel zu meckern ich hatte das glück und habe von blizzard für dragonflight eine box bekommen sondern was so eine speziell verpackte das war von der community managerin gemacht sehr sehr liebevoll sah sehr sehr schön aus muss ich sagen und auch diese ja allein die epic editions oder collectors editions der addons die boxen sind schon ziemlich cool also ich finde sie sehen sehr sehr hochwertig aus wie das material jetzt ist meine güte keine ahnung ist halt irgendeine pappe aber zum hinstellen haben die dinger schon was da kann man nichts meckern und hier seht ihr das kommt noch in so einem großen umkarton der auch noch mal dekorativ ist hier mit helden und bösewichten aus 20 jahren wo w also das sieht schon ganz schick aus das ist die collectors edition dann von the war within also alles in allem nichts neues so sieht es von der seite aus ist also auch so ein bisschen geprägt da muss ich immer noch sagen ich finde es sehr sehr schade dass es die normalen addons so wie es die früher gab für 30 euro auch nicht mal mehr im pappschuber gibt das hat ja glaube ich irgendwann mit battle for azeroth oder so aufgehört ja mich als jemand der die gesammelt hat hat das ziemlich abgefuckt aber was willst du machen so hier sehen wir dann noch einmal diesen großen umkarton da wird die statue drin sein in diesem dingens hier ist immer der code für die epic edition dann mit drin aber bisher sehen wir eigentlich nur die inhalte der war within collectors edition da ist nämlich auch dieses artbook mit drin eigentlich jedes jede collectors edition eines addons hat ein artbook diese so ein pin den gab es auch zu dragonflight schon wenn mich nicht alles täuscht das wäre ein sehr cooles goodie ist aber leider nur for scale eine sehr süße katze die okay die erfreut mich die katze erfreut mich mehr als der rest bisher damit kommen wir jetzt zu dem höhepunkt der diese 20th anniversary collectors edition ausmachen soll und das ist diese statue hier wir sehen es ist jetzt leider kein lineal dran aber es hat ungefähr ein bisschen höher die höhe der war within collectors edition und ich würde mal schätzen wenn ich mich jetzt so rumdrehe wird das irgendwas um die 30 cm sein die dieses ding ausmist also es sieht schon ganz cool aus das definitiv werden wir uns hier jetzt ein paar nähere eindrücke gönnen können von dieser statu aber weiß ich wenn ihr noch von der 15th anniversary collection das ding im sinn habe ich glaube diese plushies sind meistens 15 cm hoch deswegen kommt hin mit irgendwie paar 20 bis 30 cm für die statu so wird das ganze dann verpackt in der mitte ist die statu drin rechts eure war within collectors edition drumherum noch mal so ein pappschuberlein katzi gefällt die statu so wie es aussieht ganz gut so muss das sein aber ja das ist halt so dieser punkt jetzt wo ich weiß ich nicht auch wenn ich das ding selber nicht in der hand habe aber wo ich durchaus ein bisschen berechtigte vielleicht skepsis äußern darf die art books alles schön und gut die sind auch meistens sehr sehr nett gestaltet und sind sehr sehr schön zum durchblättern habe ich bei den anderen sachen auch gefunden diese pins sind wir mal ganz ehrlich sehen nett aus aber ich glaube bei 80 prozent der leute fliegen die in den karton wieder rein und kein also ich habe noch nie jemanden gesehen der das ding benutzt hat sein wir mal ganz ehrlich und den finde ich jetzt auch optisch nicht mal so schön aber ja davon ab außer den spielerischen inhalten das war es dann halt auch schon ne also die epic edition alleine kostet 90 latten das kriegt ihr hier auch alles mit drin und am ende zahlt ihr halt noch mal 110 euro für diese statu ein pin und ja das ist das ist also versteht mich nicht falsch ich bin selber wie soll ich sagen sehr und der pin ja der pin ist neue wo es in gebundenes artbook okay das artbook scheint auch exklusiv zu sein davon aber in den collectors editions sind solche dinge halt immer drin deswegen tue ich mich schwer damit dass jetzt als so besonders anzusehen weiß ich nicht statue sieht echt cool aus ich könnte mir auch vorstellen dass sie sich sehr gut macht zum ansehen und sehr schick aussieht auch wenn man sie irgendwo stehen hat und wahrscheinlich auch jetzt kein 08 15 china billo plastik ist aber weiß ich nicht 110 euro aufpreis für einen pin und eine statu und halten karton mit einem buckele drin welches in jedem ding standardmäßig eigentlich drin ist oder in der vergangenheit war in jeder collectors edition deswegen ich hätte es ursprünglich überlegt mir das zu kaufen für 150 euro hätte ich vielleicht auch gesagt okay da wäre ich dumm genug für gewesen da zu sagen jo mach ich für 200 euro plus noch mal einen ordentlichen satz porto da muss ich dann doch sagen reicht mir das nicht weil ganz im ernst dieses artbook das guckt man sich auch einmal an und dann verstaubt auch im karton und weiß ich nicht 110 euro nur für eine statue dann die ich mir irgendwo hinstellen würde das war mir dann einfach too much also ihr seht es ähm oder anhand von wow hands sehen wir es die goodies sind in dieser collectors edition jetzt gar nicht so voll gepackt und da muss ich sagen auch ohne es in der hand zu halten hätte ich mir im nachgang etwas mehr erwartet aber gut schreibt mir eure meinung dazu gerne in die kommentare und damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen bis zum nächsten Bis zum nächsten Mal.